Seid gegrüßt, mein Name ist mz1mzonice. Willkommen zu einem weiteren Video von der Projektstadt, beziehungsweise mittlerweile ist der Name ja offiziell bekannt, denn es ist Mölln. Vielleicht der eine oder andere wird es erkannt haben, Farad Dragon hat es aufgelöst, hat auch eine ausführliche Beschreibung dazu gemacht, die werde ich auf jeden Fall auch noch veröffentlichen im Rathaus unter Stadtgeschichten oder sonstiges. Was man jetzt sehen kann ist, okay, auf der Seite noch nicht, ich fange damit am besten mal an, bevor wir dann in die Stadt direkt dann reingehen, denn dort hat sich auch einiges gemacht. Man sieht hier die Mauer, bis jetzt zieht die sich bis hier hin, geht bis hier hinten durch. Ich glaube, hier wird ein kleiner Hafen entstehen. Und ja, hier ist das NPC-Dorf, das hatten wir in den letzten Teilen bereits gesehen. Auf jeden Fall, hier kommt ein kleiner Hafen, denke ich, hin. Und man sieht auch hier die Mauer hat sich langsam, aber sicher auch schon hier aufgebaut. Und ja, man sieht es an der Stadtbeschreibung Handel, Handwerk, Bürgertum. Eine sehr friedliebige Stadt, bodenständig. Und ja, ich fange am besten mal vorne an. So, hier vorne, ich habe es in den anderen Videos bereits gezeigt, deswegen überfliege ich das jetzt mal kurz. Aber hier hinten auf jeden Fall kann man schon sehen, hier zum Beispiel Hermine, denn es sind tatsächlich die ersten Bürger in die Stadt eingezogen. Und ja, interagieren natürlich auch mit dem Besucher. Hallo, ich bin Hermine, einem Markt. Wenn ihr die Schreibstube sucht, sie ist hinter den Bäumen im weißen Fachwerkhaus. Also ein kleiner Wegweiser immer, weil die Stadt ist ja auch schon sehr groß und da kommt man natürlich auch nicht immer so ganz mit zurecht. Die Kapelle, bis jetzt auch noch nicht viel gemacht bis hier. Dann ist hier so ein kleiner Aufgang. Da können wir auch mal kurz hochgehen, gerne. Okay. Der sagt Genixi Claves. Gut, gehen wir halt hier rum. Ja, also man sieht hier überall Stadtwachen. Auch hier Wegweiser am Markt, Hauptstraße. Also auch die Straßenbeschreibung finde ich persönlich sehr nice. Sollte, finde ich, jede Stadt sich ein bisschen eine Scheibe von Abschneiden, dass man auch hier vielleicht Straßennamen einführt, denn das überzeugt dann natürlich nochmal von mehr architektonischer Meisterleistung, wenn man alles genau auch plant. Hier ist jetzt auch noch nichts groß drin. Wir gehen mal die Hauptstraße hier weiter entlang. Ich denke, dann werden wir auch bald zum Marktplatz kommen. Das sind hier die ganz normalen Wohnhäuser, denke ich. Mit Absicht vielleicht noch nicht so groß eingerichtet. Denn man kann hier auch auf jeden Fall einziehen, wenn man möchte. Vielleicht auch vor allem für Neulinge ganz praktisch, wenn man hier wohnen kann. Hier, ach genau, hier ist die Dings, die Druckerei. Muss mal ganz kurz Admin on machen hier. Hier ist die Mühlenplatzes hier. Auch hier noch leere Bauten. Hier ist eine kleine Unterführung, wo man dann wahrscheinlich... Ich glaube, hier war doch dieses Armenhaus, wenn mich nicht alles täuscht. Hier ist auf jeden Fall ein kleiner Fußweg entstanden. Ein paar Tiere werden hier gehalten. Und ja, hier ist der Marktplatz. Und da muss man sagen, das sieht doch schon wirklich nach einem Marktplatz aus. Hier sind Leute und Marktstände. Wir gehen gleich weiter darauf ein. Hier war das Gestüt. Geschäftsräume gibt es sogar. Hatten wir auch alles gesehen. Prinzipiell hatte ich das schon alles gezeigt in den letzten Teilen. Wir gehen jetzt hier mal auf den Marktplatz drauf ein. Denn da hat sich einiges getan. Und da soll ja jetzt mal unser Hauptfokus, sage ich mal, drauf liegen. Man sieht hier also diverse Händler. Bis jetzt bieten sie noch nichts an. Dann gibt es hier Frauen beim Shoppen. Das ist natürlich jetzt hier nicht die allergrosse Seltenheit, dass man natürlich Frauen hier auf dem Marktplatz findet. Hier weitere Marktstände. Verkäufer und Verkäufer. Hier auch Rino. Nee, Rico heißt der. Hier ist Ingo. Also alles voller NPCs, alles lebendig gehalten. Auf jeden Fall sehr nice gemacht. Dann auch hier eine Stadtwache, die hier immer rumläuft. Oder mehrere Stadtwachen, die hier rumlaufen. Haben auch alle unterschiedliche Namen, unterschiedliche Skins. Ist auf jeden Fall sehr realistisch gehalten. Natürlich hat jetzt nicht jede Stadt die Möglichkeit, so NPCs zu machen. Aber, ich sag mal, hier so als Admin-Stadt oder als neutrale Server-interne Stadt ist das natürlich schon sehr wichtig, dass man hier so eine mittelalterliche Stimmung hier wirklich reinbringt. Ja, die Marktstände sehen natürlich auch, wie immer man von Garellos gewohnt ist, sehr nice aus. Ähm, ja, hier so ein, ja, ihr seht selbst, also hier gibt es ein Essen zu kaufen. Sieht alles sehr extrem nice aus, muss man wirklich sagen. Ähm, ja, man kann auf jeden Fall sehr bald hier schon sämtliche Sachen kaufen und verkaufen. Und ja, da kann man auf jeden Fall auch gespannt sein. Ich denke, man wird da auch hinreisen können, denn, ähm, hier vorne wird dann ja wahrscheinlich der Hafen reinkommen. Und wir werden dann auch in Nordwall wahrscheinlich ein Schiff bauen, was dann hier hinführt. Und da kann man ja auch hier sich mal umgucken. Ja, wir gehen mal hier weiter. Ähm, auch hier wieder Häuser, leere Häuser. Wie gesagt, ich glaube mittlerweile, dass die zum Einziehen bedacht sind, dass hier gar nicht so viel auf Innereinrichtung gegangen wird, weil der Spieler sich das dann selber herrichten kann, wie er das möchte. Ähm, Fragen zum Einziehen kann Garellos sicherlich beantworten. Dementsprechend wendet euch doch gerne auch an Garellos, wenn es um diese Stadt hier geht. Und ja, sonst hier sieht man immer noch leere Fundamente der Häuser. Hier wird wahrscheinlich noch ein größeres Haus kommen, was verbindet ist. Ähm, äh, verbunden ist. Ähm, hier wurde schon wesentlich viel Wald auch platt gemacht. Ähm, hier hinten wurde auch sehr viel platt gemacht. Hier ist auf jeden Fall, kommt noch eine Straße, wird hier noch gebaut. Ja, hier sind noch alte Schätze einer wahrscheinlich ehemaligen, oh, ja, eine Ruinstadt oder so weiter. Das wird auf jeden Fall, denke ich, doch noch in Ehring halten. Ich weiß nicht, was Garellos hier macht. Vielleicht verwendet er das hier auch, saniert das komplett oder überbaut das einfach. Mölln ist eine sehr moderne Stadt für diese, für diese Zeit, sage ich mal. Wie man das auch schon sieht, alles ist sehr modern gebaut, sage ich mal, im Verhältnis. Ähm, ja, hier auch noch nichts groß gebaut. Rechte Seite ist noch komplett kahl. Ähm, hier ist ein Schild, was heißt das? Sperlunke, ich weiß jetzt nicht genau, was das hier ist, was das wird. Was wird das hier? Bogenmacherei wird das, okay, sehr interessant. Dann hier, ähm, genau, hier waren die Ziegen drinne. Und hier ist der Bierkeller. Ja, alles beim Alten, das kennt man schon. Ähm, ich weiß nicht, wann das nächste Video kommt. Ich denke mal, diese Seite hier sollte mal bebaut werden. Aber auch, ja, es ist halt noch sehr viel zu tun. Man merkt es also, am liebsten würde Garellos, glaube ich, diese Seite gleichzeitig mit der Hände machen. Aber ihm fehlen natürlich auch hier die Helfer wieder. Also, wenn es freiwillige Helfer gibt, die gerne mal mit Fly bauen wollen, irgendwie, und auch hier so in diesem Stil bauen wollen. Oh, dieses Gebäude hatte ich noch vergessen. Also, das ist eine Baustelle hier. Okay, das ist auch eigentlich eine sehr coole Idee. Also, man sieht, hier ist so ein Haus, was noch nicht so ganz fertig ist. Hier ist ein Gerüst dann aufgebaut. Mit einem Dachdecker, dann hier mit einem Gräber, Zimmermann. Und, ja, wie die das Haus hier halt langsam herrichten. Auch sehr cool gemacht, auf jeden Fall. Und, ja, die ganzen Gebäude hier müssen natürlich auch fertig werden. Aber Garellos alleine kann das leider nicht so ganz bewerkstelligen. Deswegen, wer gerne Helfer sein will, in dieser Stadt und mit Fly bauen möchte, Materialien werden natürlich alle gestellt. Der kann hier gerne auch mit beitragen, diese Stadt hier aufzubauen. Wird natürlich, denke ich, auch entlohnt. Und Garellos wird da wahrscheinlich schon großzügige Geschenke dann den jeweiligen Helfern machen. Und, ja, ansonsten war es das mit diesem Video. Hier war noch ein... Hier ist noch so eine kleine Gaststätte, glaube ich. Ja. Ja, das war es, denke ich, mal wieder. Von dem vierten Part, glaube ich. Von Mölln, der Projektstadt. Ja, wie gesagt, wenn ihr helfen wollt, meldet euch gerne bei Garellos für Fly. Auch vielleicht, wer Architekt werden möchte, kann sich hier vielleicht auch beweisen. Und, ja, ansonsten wünsche ich euch was. M21, 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 GG. hier.